geht da habe ich mich umgesehen von da komme ich das hier geht es weiter oh gott bin ich gar nicht sicher geht das ist klar aber das problem ist wenn ich hier jetzt im blog sitzen muss dann mache ich den ja weg muss ich den fallen lassen von da oben sind knopf oder wie oder watt oder wo ich glaube hier hätte man es gar nicht schaffen können ohne den dreiersprung also anscheinend sind es keine optionalen sachen die ich mit mir nehme was sollen wir nicht mehr nicht nicht mal die bundeslade wieder eine abkürzung ist es gut was kann ich ob die gegner die abkürzung nehmen können die ich nehmen kann denken 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 ja es ist ja auf der perfekten höhe okay das brauche ich nicht dann hier weit in fast oben weißt du nicht was wir vom kristallton unbedingt wollen aber ich folge secret area echt plus 2 ja das 2 plus 2 und ich bin aber dass ich weiter mann von plus 2 wieso was die abkürzung da hätte mir nicht mal was geholfen weil ich trotzdem in die richtung muss und da habe ich keine abkürzung noch mal dahin macht sie mir merkwürdig ja plus 1 du sagst mal plus 1 ich glaube es ja nicht da war das secret das habe ich ja das kann ich nicht aufmachen da ist nichts mehr gell nein okay dann geht es hier zurück was macht das okay es macht den weg weiter gut kapich eine neue abkürzung aktivieren kann ja schön nämlich langsamer heimisch hier in dem gebiet okay ich muss schauen was das war okay hier ist so ein ding hätte mich auch gewundert wo hat mich geht so bemerkt okay der passt nicht da rein habe ich das richtig verstanden ja aber ich kann trotzdem damit arbeiten bei jetzt aufgepasst den secrets wo ich hier weiter springe glaube ich will erst dahin komme ich denn dann noch eine ebene höher vielleicht geht es sogar noch höher und mein arme juckt so viele philosophischen fragen wieder ich schaue noch mal da unten ist doch bestimmt auch was auf die idee bin ich nicht gekommen hier hin zu gehen kann ich so ja jetzt komme ich hier hoch okay da war ich schon mal wo ich nicht war war da yes okay ich dachte jetzt plus 0,5 gibt es mir doch es wäre jetzt das scherz des jahrhunderts okay ich denke war die abkürzung ist nicht die beste aber ich bin stärker geworden man merkt es also war anke schaden kann man sich nicht so leicht entgegensetzen so ich kann aber testen was ist das denn eigentlich okay etwas was ich nicht verstehe okay und scanner vielleicht kann der mir überhaupt noch schaden kleiner das weiß ich gar nicht so wo war diese abkürzung ich mag sie wird habe und dadurch dass ich meine abkürzung mache ich habe bei dem haus aber nichts übersehen gelder an diesem glashaus wenn ich schon hier unten bin wieder da bin ich noch hoch zählt zumindest nicht was ich übersehen haben könnte aber ich krieg's noch raus das ist nicht die neueste abkürzung ich erzeugt aber das weiß ich das ist die neueste abkürzung ich erzeugt habe die bringt mich noch einen schritt höher ja ok genau ich bin denke ich von hier weiter gesprungen genau mehr wollte ich ja nicht ich glaube da kann ich nicht hin ja ok dann brauche ich mich da nicht umzusehen ähm nein noch mal kurz runter der weg geht einfach schneller dann wieder hoch waren wir nicht gespannt was diese ganzen gebauten sachen noch auswirkungen haben block weg und schon bin ich eins höher das ist schon wieder so ein gelbes männchen ich sehe was was du nicht siehst und das könnten gleich drei secrets sein drei verdammte secrets ja so viel abhaken wie möglich oh gott ist das echt ein secret ich komme da aber nicht durch ich dachte schon das wäre ein bisschen auch zu crazy nein ach nö egal jetzt kann ich was anderes testen was ich testen wollte und zwar kann ich die richtung von dem ding ein bisschen beeinflussen ich habe den turm hier gar nicht abgeschickt von der unteren seite aber hier ist nichts weg mit dir schaffe ich da hoch das sieht gut aus hier konnte ich nichts machen okay okay ach hier ist was bleibt das oben ich bin hier das wäre ein neues gebiet ich frage jetzt eindeutig nicht der hauptmission also wäre hier jetzt weiter ach das ding schießt auf mich einfach so okay Was ist das hier? Ich tess mich mal nicht. Und warum schießt das automatisch eigentlich? Oh. Das dachte ich mir, dass es nicht so einfach ist. So einfach ist es aber. Ich dachte schon. Okay, es ist fertig. Fertig. Bin durch. Wo gehe ich denn hier durch? Was für mysteriöse Löcher die ich mich denn. Die sich freuen. Und dabei mir gar nichts mehr anhaben können. Secret Area. Und was haben wir hier? In deinen Gegnern? Auf die Gegner kann ich machen. Aber was heißt denn? In denn? Hä? Das letzte Abgriff habe ich nicht kapiert. In deine Gegner. In deine Gegner. Vielleicht wenn ich nah bin, kann ich... Ah, okay. Okay, es funktioniert. Okay. Aber verstanden. Kann mir mal bitte jemand erklären, wo ich hier bin? Das geht ja in Richtung... Blubel. So. Klatsch, 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 klatsch. Das geht ja nicht um Blubel. Wer war Sackgasse, glaubt, Sackgasse hier. So weit kann ich nicht springen. Weil ich nur für das Secret tatsächlich... Ansonsten, ich bewege mich ja nie sehr weit. Ihr seht ja, wo das Haus ist. Da blende das. Ich sehe noch eine Truhe. Die will ich natürlich auch. Plus wie viel? 43. Okay, plus 5 Fehler. Hier seid ihr großzügig. Aber alter, die leuchten Steine. Die leuchten. Hallo? Alter, das Ding macht aber schon Schaden. Das ist echt overpowered. Hier sehe ich, dass Blöcke im Gegner schreien. Da ist es schon heftig. Bei dir kann ich es nicht machen, gell? Na gut. Gut, dass ich das Secret hier nochmal untersucht habe. Okay, diese Holzwand ist dementsprechend dann unnötig. Weil ich kann ja hier durchgehen. Also das ist mal Dekoration. Gut, dann fehlt mir noch der Glaskasten drüben, an dem ich noch nicht weiß, wie man da rankommt. Und das war es erst mal. Also ist ja von oben nichts, was man machen könnte, deswegen. Das muss ich nochmal machen. Ach so. Moment, ich mache jetzt mal gar nichts. Ich mache jetzt erst mal gar nichts hier. Es gibt das ganze Secret, das wir lösen wollen. Oh, geschafft. Ja. Ich wollte schon bitte nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen. Warum rutscht du so viel? Na ja, jetzt mal, jetzt ist es mich veralbern. Nein, also der rutscht überall an den Felsen weg. Das ist echt auf der Power. Okay, ich wollte wissen, ob ich das kontrollieren kann. Naja, nicht wirklich. Ja, von hier soll es aber auch reichen. Bilder links hoch und dann am besten auch dieses Secret dahinter lösen. Da gab es ja gleich doppelt was zu holen, deswegen. Ich kann auch den Sprung nicht nochmal machen. Weil dahinter ist ja nichts, wo ich höher gehen kann. Ich zeige noch mal kurz diese Seite ab und da oben ist vor allem noch was. Ich glaube, das sah aus wie da irgendwas mit Geld. Auch hier kann ich nichts machen. Nee. Und hier kann ich nichts machen. Okay, ich probiere es nochmal, aber es kann sein, dass einfach überall und ich paar Wände sind und deswegen sie mich vom Hochklettern aufhalten. Ein bisschen stört, dass da keine Abkürzung, eine Ebene in der Höhe gemacht wurde. Sonst müsste ich das hier nicht mal machen. Oder ich kann von hier. Ich gehe auf, was ich hier komme. Ich mache hier. Ja, seht ihr das? Das ist keine Münze, das ist irgendwas anderes. Irgendeine Fähigkeit. Okay, hier rutsche ich ja noch nicht ab. Das ist ja schon ein sicheres Gebiet. Und hier auch nicht. Oh doch. Oh doch, hier rutsche ich schon ab. Oh doch, hier rutsche ich. Deswegen schaffe ich hier nichts. Ja, hier blockiert er komplett. Okay, also egal welcher Weg da hochführt. Ich weiß nicht welcher. Das ist ja auch nicht die Lösung. Und das da ist auch nicht die Lösung, oder? Hier ist nichts Besonderes. Boah, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Da sieht es etwas besser aus. Ich mache es mal von hier. Boah, das ist immer sehr knapp. Okay, lass mich noch mal kurz da hinschauen, ob ich irgendwas übersehen habe. Das ist ja schon einige Zeit her. Ich bin ja damals hier nur weggerannt. Das ist nichts. Das war aber alles einfach nur zu hoch, gell? Sonst nichts. Hier ist sonst nichts. Sattes, 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 schokolade. Oh, schokolade. Hättest du Lust auf so? Entweder Musso, schokolade. Oder Wie heißt denn das? Ich vergesse nicht mal den Namen. Man hat sich einfach geschmolzene Schokolade macht und da was reintunkt. Wie heißt denn das? Man hat es mich auch mit Käse machen, was auch gut ist, aber Wie ist denn das? Fondue. Das war jetzt mir nicht eingefallen. Okay, dann probiere ich es erst mal nicht weiter von hier, aber ich merke mir die Stelle. Also, ihr merkt sie euch. Sonst vergesse ich sie eh. Schaut, von hier kann ich das Ding machen. Perfekt. Von hier kann ich aber echt alles erreichen. Und ich könnte selbst darüber schauen, ob da was ist letztendlich. Ich gehe nochmal dahin. Ich weiß nicht, was passieren wird, ob ich irgendwo hingebeamt werde oder sonstiges. Das ist zu knapp. Das ist viel zu knapp. Aber weit zu knapp ist das gewesen. Okay, vergiss das Mensch. Ich kann alles erreichen. Gar nichts von der Entfernung gerechnet. Okay. Am Ende macht eh gleich was alles viel einfacher für mich, weißt du? Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ich irgendwie alles überschwemme oder so. Wegen diesem Wasserrohr da hinten. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Achso, ich dachte, was ist das zum Zerstören. Okay. Ich will es noch hoffen. Was ich dich? Nee, die Tür ist nicht mehr offen. Ich hält. So, das passt. Da kann ich also nicht hin. Da war ich noch nie und kann ich auch nicht hin. Da will ich noch hin. Okay. Dann schauen wir, was es hier gibt. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017